Die Paw Patrol kriegt heute Besuch von ein paar Verwandten, die sie in den letzten Jahren kennengelernt hat. Hier ist der Marshall, der Chase, der Zuma, die Skye, der Rubble und der Rocky. Boah, ich freue mich total schon auf den Besuch. Du auch, Zuma? Oh ja, ich freue mich richtig. Und Chase, wie sieht es bei dir aus? Oh, ich bin ja gespannt. Ach, ich freue mich total darauf. Ich glaube, es freuen sich alle. Oh, ich glaube, der Besuch kommt jetzt dann. Oh, ich glaube, wir sollten uns, glaube ich mal... So, dann kommt man alle mit. Der Besuch ist nämlich schon da. Stellt euch auch mal vor. Ich bin der Rocky. Und wer bist du? Ich bin die Everest. Und ich bin der Marshall. Wer bist denn du? Äh, ich bin, äh, Tracker. Und, äh, ich bin Skye. Ich bin Zuma. Und du bist... Liberty. Ich bin Chase. Und ich bin Rex. Ah, schön, dich kennen zu lernen. Und das hier ist Rubble. Und das ist die ganze Crew. Hey, du. Everest. Du bist perfekt für Schnee gemacht, stimmt's? Ja, du wirst für Schnee Einsätze gebraucht, habe ich gehört. Ja, das stimmt auch. Ich werde für Schnee Einsätze gebraucht. Okay. Ist ja wirklich interessant. Du kannst gerne noch die anderen fragen. Die haben verschiedene Einsätze. Ich gucke mal hier mal ein bisschen um. Tracker. Für was wirst du eigentlich gebraucht? Ich werde vielleicht gebraucht, um vielleicht... Weil ich habe ein sehr gutes Gehör. Ich kann nämlich sehr gut hören. Ah, okay. Du kannst ruhig, ähm, reden mit den anderen, gell? Ähm, du musst nicht mit dir reden. Ah, du bist Marshall? Jo, das bin ich. Ich bin ein tollpatschiger Dalmatinerhund. Wo kommst du her, Liberty? Ich komme aus Avenger Bay. Aus der Stadt. Oh, das klingt ja großartig. Oh, ja. Das würde mich auch sehr freuen. Schön, dass du, ähm, hier bist du, Liberty. Ach, danke, meine lieben Freunde. Alle fragten, warum hast du einen Rollstuhl hinten? Ich kann hinten nicht laufen. Ich habe eine Behinderung. Ach so. Aber trotzdem kann ich ultra gut mich bewegen und so. und Einsätze kann ich auch überall machen. Das ist auch gar kein Problem. Wow. Das ist ja wirklich beeindrucksvoll. Oh ja, das ist es tatsächlich. Dass du so viel machen kannst, trotz dass du behindert bist. Ja, das ist wirklich erstaunlich. Ach. Komm mal kurz her, Chase. Ich muss kurz was, ähm, kurzer mit dir sprechen. Ähm. Habe ich dich nicht irgendwo schon mal gesehen? Ach doch. Wir haben ja schon mal Einsätze zusammen gemacht. Weißt du es noch, Chase? Die, äh, Einsätze vor einem Jahr. Oh ja, stimmt. Da haben wir ja Einsätze gemacht miteinander. Das, das wissen wir noch. Oh, das war, das war sehr schön gewesen. Ach, was gibt's denn da so schönes Wasser? Seht ihr da? Wir haben beide mal Einsätze gemacht. Immer, oft, immer. Ach so, ihr habt Einsätze gemacht. Ach so, ja, dann weiß ich ja Bescheid. Wow, hast du wirklich Einsätze gemacht, Chase? Ja, das habe ich, Sky. Und welche zumindest? Ich habe da ganz verschiedene Sachen gemacht. Hab mal jemanden suchen müssen. Und so. Ah, okay. Okay. Okay.